Auch wie jetzt, ganz kurzfristig, die Rewe-Seil-Spring-Aktion. Und da bitten wir euch, eine Minute mit dem Seil zu springen. Rewe spendet da für jeden, der springt, 50 Cent für ein Herz für Kinder. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Und wer auch nicht ganz so hoch springt und ganz so weit oder auch die Minute einhalten kann, lasst euch registrieren da vorne. Wir gehen im Zentrum Rewe weiter und entsprechend wird dieses Geld hier gespendet. Wer Informationen will zu dieser Hilfsorganisation Sorg auf Frieden, geben wir auch hier gerne weiter. Die Kleinser. Die Kleinser. Ich möchte della Klug gegen Monsieur Madras in. metst. Musik 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 Musik